Hallo liebe YouTube-Deutschlerner und willkommen bei Deutsch mit Benjamin. Heute steht die richtige Aussprache der deutschen Ö-Laute auf dem Programm. Es gibt zwei verschiedene Ö-Laute im Hinblick auf die Qualität, das heißt im Hinblick auf den Klang. Natürlich gibt es einerseits lange und kurze Vokale, aber andererseits auch gespannte und ungespannte Vokale. Wir haben also das gespannte Ö auf der einen Seite und das ungespannte Ö auf der anderen Seite. Und was die Ö-Laute betrifft, können beide, also sowohl Ö gespannt als auch Ö ungespannt, lang und kurz sein. Oft wird unterrichtet, dass das Ö einfach ausgesprochen wird, indem man die Lippen rundet und währenddessen E ausspricht. Das kann tatsächlich helfen, die Aussprache der Ö-Laute richtig hinzubekommen, es ist aber nicht ganz richtig. Der gespannte Ö-Laute Ö wird gebildet, indem der vordere Teil des Zungenrückens zum harten Gaumen angehoben wird. Beim Ö hebt sich der Zungenrücken aber nicht ganz so weit vorn wie beim E. Außerdem ist beim Ö auch der Zahnreihenabstand ein bisschen größer als beim E. Das heißt, wenn ich sage Ö, da geht auch der Kiefer ein bisschen weiter runter, der Unterkiefer, als beim E. Vielleicht habt ihr auch schon oft gehört, dass man die Mundmuskulatur sehr stark beanspruchen muss, also dass man die Lippen richtig stark runden muss. Ö, das ist aber eigentlich auch nicht ganz richtig. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Lippen zu runden, also das auf jeden Fall. Die Lippen müssen beim Ö gerundet werden, das sind gerundete Vokale, aber wir müssen es nicht übertreiben. In dieser Nahaufnahme sieht man, wie das Wort Öl ausgesprochen wird. Hier sieht man sehr schön die für den gespannten Laut Ö notwendige, aber moderate Lippenrundung. Außerdem wird die Lippenrundung schon vor der eigentlichen Aussprache des Lautes realisiert. Die Lippenrundung wird erst bei der Aussprache des folgenden Konsonanten, L, aufgehoben. Hier das Wort größer. Die Laute grr werden schon mit gerundeten Lippen gesprochen. Die Lippenrundung wird erst während der Aussprache des Folgekonsonanten, S, aufgehoben. Das Wort möwe. Auch hier die Lippenrundung schon beim m. Erst während der Aussprache des Folgekonsonanten, W, wird sie aufgehoben. Hier sehen wir auch ein Beispiel aus einem Fernsehbeitrag. Diese Flasche Sonnenblumenöl habe ich bei uns im Vorratsschrank noch gefunden. Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl. Anhand von zwei Minimalpaaren möchte ich euch noch den Unterschied zwischen E und Ö, also im Klang, verdeutlichen. Hört mal genau hin. Die Hefe und die Höfe. Hefe, Höfe. Sowie lesen, lösen. Lesen, lösen. Für den unterschiedlichen Klang ist also auf jeden Fall die Lippenrundung mitverantwortlich, aber ein Großteil dieser Arbeit übernimmt auch die Zunge. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Auch im Vergleich zum Ü hebt sich die Zunge beim Ö etwas weiter hinten nach oben Richtung Gaumen. Also vorne natürlich, aber ein bisschen weiter hinten als beim Ü. Auch dazu zwei Minimalpaare. Die Grüße. Die Größe. Grüße. Größe. Und Die Tüten. Töten. Tüten. Töten. Dieser gespannte Vokal, über den wir bisher gesprochen haben, ist vom Prinzip her lang, also ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oder zum Beispiel bei den Wörtern Föderalismus und Feuilleton ist das auch der Fall. Föderalismus und Feuilleton. Wenn ihr gerne mit meinen Videos hier auf YouTube lernt und auch der Meinung seid, dass ihr schon relativ viel davon profitiert habt und gerne weiter mit mir lernen möchtet, eure deutsche Aussprache verbessern möchtet, generell einfach natürlicher und selbstbewusster Deutsch sprechen möchtet, sowohl was die Aussprache angeht als auch den Wortschatz, dann meldet euch auf jeden Fall in meiner Online-Akademie an. Meine Online-Akademie ist die weltweit einzige Online-Lernplattform, die euch so ein umfassendes Lernprogramm bietet, mit so vielen Audiodateien, Videos, Filmausschnitten, Serienausschnitten, authentischen Gesprächen, Talkshows, also Ausschnitten aus Talkshows. Ihr könnt da so viel über die Aussprache lernen, ihr könnt da euren aktiven Wortschatz erweitern und das Wichtigste ist, ihr lernt, so wie ihr es von mir sowieso schon gewohnt seid, wirklich die deutsche Sprache, die man wirklich spricht, also so wie wirklich wir Deutschen im alltäglichen Berufs- und Privatleben sprechen. Wenn euch das interessiert, wenn euch das gefällt, wenn ihr sagt, das ist was für mich, dann erfahrt ihr alle Infos dazu, die ihr braucht, über den Link, den ich hier unter dem Video veröffentliche. Ihr könnt auch direkt meine Webseite besuchen, deutschmitbenjamin.com oder auf Google einfach deutschmitbenjaminakademie eingeben und dann wird euch das sofort angezeigt. Meine Akademie ist so aufgebaut, dass ihr euch da einmal anmeldet und dann handelt es sich um ein monatliches Abonnement. Das heißt, solange ihr Mitglied seid, wird jeden Monat am Anfang des neuen Monats automatisch wieder die Zahlung getätigt. Ihr könnt aber jederzeit austreten, ihr könnt jederzeit problemlos kündigen, dann ist es so, dass ihr den Zugang noch bis zum Ende des Monats habt, den ihr ja schon bezahlt habt und dann am Anfang des nächsten Monats verliert ihr dann den Zugang. Ihr könnt aber natürlich dann auch in der Zukunft zu jedem Zeitpunkt später wieder zurück in die Akademie kommen und weitermachen. Ein weiterer Bonus, den ihr automatisch bekommt, wenn ihr euch für die Akademie anmeldet, sind regelmäßig stattfindende Workshops zum Thema Akzentreduzierung, Aussprache, aber auch Konversationen, Diskussionsrunden und ähnliches, an denen ihr einfach im Rahmen eurer Mitgliedschaft teilnehmen könnt. Das heißt, dazu ist es nicht notwendig, dass ihr noch extra was bezahlt. Also, ich würde sagen, ein sehr, sehr cooles Angebot, eine mega tolle und wirklich die weltweit einzige Lernplattform, die euch das bietet. Also, nichts wie hin. Alle Infos, wie gesagt, gibt es über den Link unter dem Video oder direkt über meine Webseite deutschmitbenjamin.com. Der kurze Ö-Vokal in deutschen Wörtern, die keine Fremdwörter sind, ist ungespannt. Ö. Ungespannt heißt, dass die Mundmuskulatur etwas lockerer ist. Das heißt, diese Lippenrundung ist nicht so stark, der Mund ist auch ein kleines bisschen weiter geöffnet und insgesamt ist alles einfach lockerer. Ja, also im Vergleich gespannt und ungespannt. Ö. Ö. Das Wort plötzlich. Auch für den ungespannten Ö laut Ö muss die Lippenrundung schon vorher realisiert werden, in diesem Fall schon bei Pl. Erst während der Aussprache des Folgekonsonanten, in diesem Fall Tz, wird sie aufgehoben. Man beachte auch den Unterschied in der Lippenrundung zwischen dem gespannten Ö laut Ö, hier links zu sehen und dem ungespannten Ö laut Ö, hier rechts zu sehen. Bei den Wörtern Höhle und Hölle kann man sehr schön den Unterschied zwischen dem langen, gespannten Ö-Vokal und dem kurzen, ungespannten Ö-Vokal hören. Die Höhle, die Hölle. Und auch bei Mögen und Möchten wird der Unterschied deutlich. Wenn wir also sagen zum Beispiel, wir mögen das nicht, dann sprechen wir den langen, gespannten Ö-Vokal. Wenn wir aber sagen, wir möchten das nicht oder ich möchte das nicht, dann sprechen wir den kurzen, ungespannten Vokal. In eingedeutschten Fremdwörtern aus dem Englischen und Französischen kann dieser ungespannte Ö-Laut, der in deutschen Wörtern eben normalerweise kurz ist, auch lang sein. Zum Beispiel in dem Wort Workshop, der Workshop. Da sagen wir nicht Workshop, wir sagen kein O-Laut. Wir sagen auch nicht Wörkshop, also mit diesem gespannten Ö, sondern Wörr, Wörkshop. Oder auch ein anderes Beispiel wäre der Bürger, der Bürger. Also nicht der Burger und auch nicht der Bürger, sondern der Bürger. Also wie schon gesagt, zu meiner Webseite, wo ihr alle Infos findet und wo ihr euch auch dann direkt anmelden könnt, gelangt ihr, wenn ihr auf den Link unter dem Video klickt oder wenn ihr direkt deutschmitbenjamin.com besucht. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr lernt Deutsch mit Benjamin auf YouTube und ich freue mich auf euch im nächsten Video beziehungsweise hoffentlich auch in meiner Online-Akademie. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020